Es gibt jetzt ja gleich von mir dann so ein Briefing zum Thema der Klangbehandlung und überhaupt zu Klang und Trauma. Das Freirauminstitut steht eben für eine ganzheitliche, holistische Form der Persönlichkeitsentwicklung und benutzt eben die unterschiedlichen therapeutischen Verfahren, sag ich mal, die so in diesem Spektrum der humanistischen Psychologie liegen, eben ganzheitlich, körperbasiert und eben auch, ja, ich kann sagen, somatisch, energetisch beschäftigt. Ich mache auch mit Leuten hier Beratungen im Bereich zum Beispiel Elektrosmog-Entstörung und solchen Dingen, weil das ist mittlerweile auch ein Riesenthema und ich habe selbst so Heilungsweg von über 20 Jahren hinter mir. Ja, also das sind so, ich sag mal grob vielleicht so zwei Richtungen. Das eine ist eben halt so diese die Atemarbeit, wo es dann über den Atem eben geht, in den Körper zu kommen. Aber der Atem führt natürlich auch darüber hinaus. Das geht dann in die Richtung Atembeschleunigung bzw. Atemretention und oder Atemverlangsamung. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, was da jetzt gerade auch für jemanden sinnvoll ist. Das können auch Sessions sein, die dann länger sind. Ich komme ja ursprünglich auch aus dem Holotropen Atmen und diese Lichtimpulse ist auch was Visuelles letztendlich gehen und letztendlich ist ja alles irgendwo auch immer eine Frequenz. Und beim Hypnagogen Atmen zum Beispiel wird eben mit bestimmten Lichtfrequenzen gearbeitet, die dann auch das Bewusstsein aufmachen und zum Beispiel DMT-Ausschüttungen und so weiter, die bei bestimmten Atemtechniken ja auch aktiviert werden. Diese Dinge, die können da quasi auch wieder auf diesem Wege sanft und sehr, Livan sagt, tätriert, also tröpfchenweise quasi dosiert geschult werden.